Schwarz-weiße Kostüme und Schminke, die drei Grundformen Kegel, Kugel und Zylinder und minimalistische Popmusik. Aus diesen drei Elementen zaubern die Künstler Alexander Gjörfi und Peter Hollen ihre faszinierende Tanzperformance Kostüm Total. Am Mittwoch waren sie im Kunstverein zu Gast. Ulrike Dau und Arthur Klippert waren für 0511 TV Lokal dabei. Alle, die das Begleitprogramm des Kunstvereins Hannover genau gelesen haben, hatten die Gelegenheit Kostüm Total zu erleben. Eine faszinierende Tanzperformance. Kostüm Total sind die Stuttgarter Künstler Alexander Gjörfi und Peter Holl. Schwarz-weiß geschminkte Gesichter, schwarz-weiße geometrische Körper verschmelzen zu originellen Kunstfiguren. Untertitelung des ZDF, 2020 Das Tourbillon ist der Titel ihrer Performance. Eine Ménage à trois, dargestellt von drei Tänzern des Staatstheaters Hannover. Kegel und Kugel buhlen um das Tourbillon, einem kleinen, wirbelnden Kopffüßler in Kegelform. Ein Blitzlichtgewitter bei elektronischer Musik unterstreicht die pendelnden und wirbelnden und kämpferischen Bewegungen der Kunstfiguren. Ein 20-minütiges visuelles Glanzstück. Ästhetik pur. Vielen Dank. Vielen Dank.